Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung von königlichem Wissen. Beim Legends of Chess ist die Vorrunde abgeschlossen und es wird Zeit, mal wieder einen Blick auf eine Partie von Magnus Carlsen zu werfen. Der Weltmeister beherrschte bislang das Geschehen fast nach Belieben. Er gewann alle neun Matches in der Vorrunde, zehn Spieler nehmen ja teil in diesem Schnellschachturnier der Extraklasse, das zur mit einer Million Dollar dotierten Magnus Carlsen Tour gehört. Das ist die vierte Etappe dieses Legends of Chess. Vier Spieler haben sich nach der Vorrunde jetzt für das Halbfinale qualifiziert, danach jetzt geht es im K.O. Modus weiter. Magnus Carlsen trifft auf Peter Swittler und im anderen Halbfinale treffen Jan Nepomyaci und Anish Giri aufeinander. Ich zeige jetzt noch mal eine Partie von Magnus Carlsen gegen Boris Gelfand, eine der Legenden, die zu diesem Turnier eingeladen wurden. Andere Legenden waren die Ex-Weltmeister Wladimir Kramnik und Vishwanathan Anand oder auch Vasilii Ivancuk. Im wir schauen jetzt, wie gesagt, noch mal auf eine Partie von Magnus Carlsen. Er hat wirklich viele tolle Partien gespielt und die folgende hat mich auch beeindruckt aus einem ganz bestimmten Grund. Wir gehen jetzt mal rein. Das ist die erste Partie aus seinem Match gegen Boris Gelfand. Carlsen beginnt mit Weiß und startet mit E4. C5, sizilianische Verteidigung, Springer F3, Springer C6, D4, C schlicht D4, Springer schlicht D4, Springer F6, Springer C3, E5. Die Schwerschnikow-Variante, eine sehr beliebte Variante und erlebte so ein bisschen eine Renaissance durch Magnus Carlsen, den Weltmeister, denn das war seine Hauptwaffe 2018 bei der WM gegen Fabiano Caruana und er war sehr erfolgreich damit, damals bei der WM und auch im Nachhinein in den Jahren danach. Insbesondere im Jahr 2019 spielte er noch sehr viele Partien Schwerschnikow und er gewann sehr, sehr viele Partien damit. Eine sehr hohe Erfolgsquote. Hier spielte er aber jetzt mit Weiß. Springer Db5, das ist der Hauptzug. Weiß liebäugelt hier mit Springer D6. Das Feld ist ja geschwächt worden durch diesen Bauern auf E5. D6, schwarz verhindert das. So, der Hauptzug hier ist Läufer G5. Aber während der WM spielte Fabiano Caruana mehrmals Springer D5 hier gegen Magnus Carlsen und auch hinterher wurde diese Variante sehr viel diskutiert auf Großmeister-Ebene. Springer D5. Weiß ist ein sehr direkter Ansatz hier zu spielen. Weiß missachtet hier so ein bisschen die goldene Regeln, entwickelt keine weitere Figur, aber er stellt eine Drohung auf mit diesem Zug und zwar Springer C7. Das kann schwarz natürlich nicht zulassen und deswegen muss man nehmen auf D5 diesen Springer. Jetzt nimmt man natürlich mit dem Bauern hier E-D5 und jetzt muss der Springer weg. Weiß gewinnt also ein bisschen Zeit, die er vorher verloren hatte durch den weiteren Springer Zug. Der Hauptzug hier ist Springer B8. Da spielte auch Carlsen während der WM gegen Caruana, aber hinterher konzentrierte er sich eher auf Springer E7 im weiteren Verlauf des Matches und auch in weiteren Partien, die er im klassischen Schacht im Jahr 2019 gespielt hat. Springer E7. Da spielt jetzt hier auch Gelfand. Gelfand spielt ja hier mit Schwarz nicht durcheinander kommen. Carlsen spielt mit Weiß, Gelfand mit Schwarz. Gelfand übrigens WM-Finalist 2012 gegen Wiesmann hat aneinander. Also ein sehr, sehr starker Großmeister. Hier geht es weiter mit C4 und wir sehen eine Transformation der Bauernstruktur. Weiß hat hier eine Mehrheit am Damenflügel, während Schwarz auf dem anderen Flügel eine Mehrheit hat. Das ist hier auch ein bisschen Ton angehend und gibt auch so ein bisschen die Pläne vor für die Zukunft. Springer G6 macht den Weg frei für den Läufer. Und jetzt geht es sehr konkret weiter hier. Sehr konkrete Schacht. Dame A4. Goldene Regeln spielen ja echt kaum eine Rolle. Dame A4 bringt die Dame früh ins Spiel, droht ein Springerabzug nach C7 mit Gewinn des Turmes, beziehungsweise Minimum der Qualität. Das muss Schwarz verhindern mit Läufer D7, blockiert hier den Weg, die Diagonale. Jetzt geht es konkret weiter mit Dame B4, greift den Bauern auf D6 an und Schwarz muss diesen Bauern decken. Gelfand wählt hier Dame B8, deckt diesen Bauern. Karlsson selbst hat hier mehrmals in der Vergangenheit Läufer F5 gespielt mit Schwarz und den Bauern so gedeckt. Zum Beispiel auch gegen Fabiano Caruana in einer der Schnellschachpartien, meine ich, im Tiebreak, der dann letztendlich über die WM entschied. Gelfand spielt Dame B8. Das ist alles auch nicht neu, das wurde schon gespielt. Jetzt geht es weiter hier mit H5, H4. Weiter sehr konkret droht H5 mit Angriff des Springers. Das stoppt Schwarz mit dem H-Bauern. Wir sehen ja auch sehr ungewöhnliche Konstellationen. Auch, dass die H-Bauern jetzt ziehen, bedeutet natürlich auch eine Schwächung des Königsflügels, wenn die Könige rohieren. Karlsson wählt jetzt Läufer E3. Der schaut hier in diese Richtung. In den meisten Partien in der Vergangenheit wurde hier A6 gespielt, um den Springer direkt zu vertreiben. So spielte auch Karlsson selbst auch zwei Partien. Eine gegen Caruana bei der WM und auch gegen Jordan von Forrest in Waikernsee 2019. Gelfand allerdings hatte was anderes vorbereitet. Er zog hier B6. Das gefällt den Computer nicht unbedingt. Aber für so eine Schnellschachpartie kann man natürlich auch mal Wege gehen, die der Gegner nicht erwartet. Karlsson reagierte mit Läufer E2, entwickelt den Läufer, attackiert auch diesen Bauern hier. Schwarz entwickelt den eigenen Läufer hier. Jetzt ist dieser Bauer zweimal angegriffen. Weiß kann diesen Bauern aber decken. So, der Unterschied jetzt hier in dieser Bauernstruktur ist, Weiß hat eine schöne Bauernkette mit F2, G3, H4. Insbesondere auch der H4 ist gut geschützt. Schwarz dagegen kann kein G6 spielen, weil der Springer dort steht und der H5 ist natürlich dadurch schutzbedürftig. Das ist ein kleiner Unterschied hier. Es ging weiter mit A6, greift den Springer an, der Springer zieht zurück und jetzt B5. Das war wahrscheinlich alles noch Vorbereitung bei Gelfand. B5 ist auch der Zug, der den Computer angibt. C-B5, A-B5. Jetzt geht es hier weiter mit kurzer Ruhade. Ich frage mich gerade, warum kann Weiß den Bauern auf B5 nicht schlagen? Das habe ich nicht analysiert, muss ich zu meiner Schande gestehen. Warum kann Weiß hier nicht den Bauern B5 schlagen? Das, was auffällig ist natürlich, dass hier eine Fesselung steht. Ich mache mal kurz die Engine an, was ich normalerweise nicht mache während meiner Analysen. Aber hier sagt die Engine einfach kurz ruhieren. A3, die Dame decken. Jetzt kann der Läufer wieder ziehen. Aber diese Fesselung auf der B-Linie ist ein Problem, offensichtlich ganz konkret. Und jetzt geht es hier weiter mit Läufer schlägt B5. Springer schlägt B5 und F5. Und Schwarz generiert Gegenspieler auf der anderen Seite des Brettes mit der Idee F4 hier die Struktur angreifen, den Läufer und den Bauern. Sehr interessant. Okay. Das ist diesen Spitzenspielern natürlich alles bekannt, beziehungsweise sie kennen diese Motive, weil sie natürlich diese Eröffnungsvarianten sehr tief analysiert haben. Carlsen nahm nicht den Bauern. Er zog kurze Ruhade und brachte den König in Sicherheit. Schwarz machte das Gleiche hier. Kurze Ruhade. Das hat aber den Nachteil, dass Schwarz hier den Bauern zum Opfer anbietet. Ich vermute mal, wenn Schwarzspieler, die Schwächnikow spielen, in Zukunft diese Variante wiederholen, dann werden sie hier wahrscheinlich mit F5 angetanzt kommen, um die Idee ist F4 zu spielen und Gegenspiel am Königsflügel zu generieren offensichtlich. Gut, aber Gelfand spielte kurze Ruhade und hier rechnete Carlsen sehr, sehr gut und nahm den Bauern nach F5. Er sagte sich nur, den kann ich nehmen. Ich sehe jetzt nicht, warum ich den nicht nehmen sollte. Und ja, es ist auch völlig korrekt. Läufer Schlichter 5 ist möglich. Jetzt kam Läufer D8. Eine interessante Idee. Eine Möglichkeit der Erklärung ist, den Springer über E7 eventuell umzugruppieren nach F5 oder Läufer A5 zu spielen mit Angriff auf Dame und Springer. Carlsen reagiert aber sehr, sehr stark. Er spielt hier Springer E4, greift den Bauern D6 an. Das ist auch der beste Zug. Und hier griff Gelfand fehl. Er spielte Läufer F5. Er verrechnete sich hier. Beziehungsweise Carlsen rechnete besser. Der beste Zug hier ist laut Stockfisch einfach Turm A6 und den Bauern decken erstmal. Den Bauern nicht opfern. Und nach Läufer Schlicht G6, F Schlicht G6, F3 zum Beispiel, kann man wenigstens behaupten, okay, weiß hat ein Bauernmeer, aber schwarz verfügt über ein Läuferpaar, das in beide Richtungen schaut. Und der weiße König steht ganz schön offen hier. Also das ist eher so gelb, würde ich den markieren. Diese Felder hier sind geschwächt. Und ja, der Computer sagt sowieso in diesen Stellungen eigentlich fast immer, dass weiß besser steht. Ihm gefällt die weiße Stellung generell besser. Von Anfang an immer. In vielen Situationen. Carlsen hat aber bewiesen, in seinen Partien, in seinen klassischen Partien, dass schwarz über sehr viel Gegenspiel verfügt. Und ja, auch hier, wenn weiß, auch wenn der Computer sagt, weiß steht besser. Praktisch gäbe es hier noch Schwierigkeiten, weil der König einfach anfällig ist. Gelfand, wie gesagt, spielt aber Läufer E5. Greift den Springer an hier und deckt auch den eigenen Springer auf G6. Carlsen nahm jetzt diesen Bauern, Springer schlicht G6. Und jetzt kam Läufer E7. Das war die Idee von Gelfand. Er fesselt den Springer hier. Dahinter steht die Dame. Carlsen hat nur einen Zug. Er muss Läufer C5 machen und den Springer decken. Hier ging es weiter mit Läufer H3. Gut, in dieser Stellung droht Springer schlicht E5. Deswegen muss Gelfand etwas tun gegen diese Drohung. Er zog Läufer H3. Besser wäre allerdings gewesen, Turm A4 mit Angriff auf die Dame. Und hier gefiel Gelfand wahrscheinlich nicht Springer schlicht E5. Turm schlicht B4, Springer schlicht E7 Schach, Springer schlicht E7, Läufer schlicht B4. Machen wir noch zwei Züge, Turm E8, Turm AD1. Und das vollkommen zu Recht. Weiß steht hier klar besser. Er hat Turm Läufer oder Turm Leichtfigur und zwei Bauern gegen Dame. Das ist sogar leichter materieller Vorteil. Plus er hat natürlich extrem starke Läufer hier in dieser offenen Stellung und einen verdammt starken Freibauern, der hier zum Umwandlungsfeld nach D8 kaum aufzuhalten ist. Gut, die Alternative Läufer H3, die Gelfand wählte, ist nicht wirklich besser. Er greift zwar den Turm an. Hier setzte Carlsen mit Läufer schlicht G6 vor. Das ist der einzige Fehler in dieser Partie von Carlsen, der natürlich auch aufzeigt, dass auch die besten Spieler der Welt, wenn sie Partien mit verkürzter Bedenkzeit spielen, das sind ja Schnellschachpartien, dass sie nicht immer die besten Züge finden. Völlig unmöglich, auch für die besten Spieler der Welt. Hier sagt der Computer statt Läufer schlicht G6. Turm FC1 ist ein bombenstarker Zug. Deckt den Läufer hier. Und dann ist Turm A4 auch kein Problem mehr wegen Dame schlicht B5. Das geht hier, weil letztendlich ist der Läufer gedeckt vom Turm. Im Gegensatz zu der anderen Variante, als der Turm auf F1 stand. Carlsen wählte aber Läufer schlicht G6, schlicht den Springer. Und hier übersahen beide, dass Schwarz nicht sofort nehmen muss auf G6, sondern Turm A4 spielen kann. Dame schlicht B5, Dame schlicht B5, Springer schlicht B5, Läufer schlicht C5. Turm FC1, Läufer schlicht F2. Die Variante hier ist forciert, die ich zeige. König G1. Hier hat weiß zwar zwei Bauern mehr, aber Schwarz hat, ja, hier gibt es noch ein paar technische Schwierigkeiten im Vergleich zur Partie. Wobei ich glaube, dass Carlsen auch diese Stellung locker nach Hause gefahren hätte. Gut, F schlicht G6, kam in der Partie. Und hier fand der Weltmeister einen simplen Zug, Springer E4. Der beste Zug greift den Läufer an und bietet einfach den Turm hier als Qualitätsopfer an auf C1. Das ist auch konkret wirklich das Beste. Läufer schlicht C5, Dame schlicht C5, Läufer schlicht F1, Turm schlicht F1. Und ist einfach, er ist einfach nur mal der beste Spieler. Er erkennt einfach sehr schnell, dass diese Stellung hier einfach extrem gut ist für weiß, weil er hat einen super starken Springer im Zentrum. Und vor allen Dingen hat er diesen Mega-Bauern, diesen Mega-Frei-Bauern, der einfach Minimum bis nach D6 läuft. Danach wird das Feld für die Dame frei. Hier gibt es einen Schach. Der Springer hat dieses Feld zur Verfügung. Schwarz hat nur schwache Bauern. Und diese Konstellation einfach, das erkennt er einfach extrem schnell und sieht, das ist gewonnen. Und das stimmt auch. Es ist gewonnen. Die Engine sagt, das ist hier komplett gewonnen für weiß. Es ging weiter mit Dame C8. Schwarz bittet die Damen zum Tausch an. Gut, eine Alternative wäre gewesen, Turm schlicht A2, wenigstens noch einen Bauern mitnehmen. Dann geht es weiter mit D6, Turm schlicht B2, D7, Turm D8, Dame E7. Und es ist einfach gewonnen. Springer G5 kommt mit Schachs hier und den Ideen. Springer E6 dann, den Turm angreifen, Turm D1 auch noch den Bauern unterstützt. Der D-Bau ist einfach hier entscheidend. Gelfand zog Dame C8, bietet nochmal den Daumentausch an. Aber Karlsson nimmt sich erstmal noch den B-Bauern hier. Dame schlicht B5. Dame G4 greift hier den Springer an. Dame C4 deckt den Springer. Gleichzeitig droht hier auch, was droht hier? Ein Springerabzug nach F6. Schach mit Gewinn der Dame. Deswegen, was heißt deswegen? Es kam Turm F4, greift den Springer an. Der Bauer hier ist gefesselt natürlich. Es ging weiter mit D6 Schach, König A8, Dame D5. Es ist auch wirklich toll, wie gut Karlsson rechnet. Das muss man einfach sagen. Auch in so taktisch geladenen Stellungen, spannungsgeladenen Stellungen behält er meistens die Übersicht und lässt nichts anbrennen gegen seine Kollegen. Turm AF8 kam jetzt in der Partie. Gut, Turm D8. Kommt Springer G5 einfach. Dann droht hier die Gabel. Und Schwarz droht dagegen nichts. Die Figuren stehen auch sehr seltsam hier, muss man sagen. Stattdessen Turm AF8. Er versucht noch am Königsflug irgendwie für Unruhe zu sorgen, aber Karlsson lässt sich nicht beirren. Sehr starker Zug jetzt. D7. Er opfert hier den Springer. Aber klar, er bekommt hier eine Dame. Turm schlicht D8, Dame schlicht D8, König A7. So, weiß hat jetzt hier zwei Bauern mehr. Der Rest ist relativ einfach für einen Spieler wie Karlsson. Dame D1 bietet den Damentausch an. Schwarz spielt Dame F5, Dame D3. Den Rest schauen wir uns schnell an. Dame G4. Hier könnte Weiß im Prinzip fast schon irgendwas spielen. Er spielt H5. Sehr interessant. Greift hier den Bauern an. Die Dame darf natürlich nicht schlagen, weil der Turm hängen würde. Und wenn der Bauer schlägt, dann kommt König... Nee, Quatsch. Dann kommt Turm E1 einfach. Der Turm ist weg. Der ist ja gefesselt. Verliert Schwarz sofort den Turm. Nach H5 spielte Gelfand König A6. Dame D2 Schach. G5. Dame D6 Schach. König schlicht A5. Und letztendlich kommt die Pointe dieses Opferspiels König auf G2. Die H-Linie ist geöffnet. Und der Turm geht hier auf die H-Linie. Dame F5. Turm H1 Schach. Turm A4. Schwarz hat nichts besseres. König G4 läuft in Dame D1 Schach. Und Schwarz wird matt gesetzt. Turm A1, Turm A4. Und hier spielte Weiß noch sehr genau. Dame D1 Schach zuerst. Bevor er den Turm genommen hätte, wenn Schwarz weitergespielt hätte. Hier gab Gelfand auch in völlig aussichtsloser Situation. Egal was er macht. In einem der nächsten Züge wird Weiß hier den Turmau noch schlagen. Ja, eine beeindruckende Vorstellung von Magnus Karlsson, dem Weltmeister. Der zeigt, warum er der beste Spieler der Welt ist. Das ist eine typische Partie, wo man sieht, warum er der beste Spieler der Welt ist. Mit Schwarz brilliert er mit Schweschnikow. Gewinnt fast jede Partie, die er in den letzten zwei Jahren gespielt hat. Und dann spielt er es auch mit Weismar. Und der Gegner hat keine Chance. Und der Gegner ist nicht jemand. Das ist ein starker Großmeister und er hat einfach keine Chance. Er versteht diese Variante. Also Karlsson versteht dieses System, diese Variante mit Weiß. Mit Schwarz, aber auch mit Weiß. Das ist ein Zeichen. Das ist ein richtiges Gütesiegel für einen Schachspieler. Wenn man eine Variante mit beiden Farben gleich stark spielt und egal gegen wen man spielt, irgendwie jedem eine Ohrfeige verpasst. Aber sowas von. Ja, ich hoffe, die Partie hat euch gefallen. Heute geht es weiter mit dem Halbfinale beim Legends of Chess. Ich denke, das war ein schöner Aufgalopp für euch, falls ihr das Turnier verfolgt. Wie ich schon erwähnte, Magnus Karlsson trifft auf Peter Swittler im Halbfinale, während Anish Giri und Jan Nepomniaci im anderen Halbfinale aufeinandertreffen. Ich denke, ich werde bis zum Ende des Turniers, es läuft bis zum 5. August, noch die eine oder andere Partie für diesen Kanal analysieren. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns hier bald wieder.